dann lasst doch dann lasst doch dann lasst doch das das boot mal suchen müsste irgendwie so da so sein also ja jetzt wird ich würde jetzt nach hause gehen wollen ja kommen ja kommt jemand nach hause man auch gar nicht mehr so lange mal ich bin ja auch die nach hause telefonieren ich heiße angela der axt okay ich habe bitte behinderung ich habe keinen balken mehr ein balken hat sich ausgebeikt ach so na vielleicht finden wir einen luig dann können wir uns irgendwo ein feuer blenden und dann ja gut ich habe ich habe genug dabei ja ich auch drei oder vier stück ich dachte es gibt plus zwei die ganze tenden auch noch ist ach so ich bin auch ein lochie so lochie ich müsste mich mal wieder rasieren so ein bisschen jetzt fällt jetzt noch einmal auf ja naja weißt du wenn du so facecam bild auf dem anderen bildschirm hast dann und wir sollen gerade so mega mega schnell fast laufen hier ja voll spannend und so ja vielleicht kommen die eingeboren auch bloß in der nacht vielleicht kommen ja gleich weiß nicht ich habe auch so ein bisschen das gefühl dass die dass sie jetzt auch diese die spawnrate bis angepasst haben und nicht so lächerlich etwas ist ständig welche da sind ja das war das wasser das ist ja cool dass das voll großer ist versteckt sieht man gar nicht in meiner wohnung auch immer nicht neben den delphinen die unter deinem sofa sind naja exakt exakt im mongo und das ist aber eine dunkel ja ich habe kein ich habe kein ding jetzt kein essen und keinen keine kein stark power ach so ein schlag power habe ich auch nicht ich habe null ausdauer deswegen meine ich jetzt wenn jetzt monster kommen wird tot ich kann noch einen riegel hatte ich noch dabei was so du können aber trinken samfang vielleicht helfen das ich weiß ich trinke doch nicht mein trinken ist komplett folgt auch hier ist wieder aber das ist schwarz diesmal nicht übrigens da das ist mir gerade eben erst eingefallen als ich schon ausgesprochen hatte da dachte ich so scheiße wolltest du gar nicht sagen warum ist das eigentlich so ein tabuthema stehe ich gar nicht weil monster 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 weil monster die können dafür gar nichts aber ich sehe sie ach so und daran habe ich gar nicht gedacht so war das nicht gemeint freunde ich habe daran nicht gedacht in dem moment es tut mir sehr leid das war gleich wieder zu hause das ist schön das regelt schon wieder wollen wir uns kurz genau wir können uns ja kurz was zu essen machen dann können wir mal gucken ob die monster noch da sind die kannibalen skis oder uhr einwohner was ist eigentlich der unterschied kann man die irgendwie unterscheiden zwischen uhr einwohner und und kann die ball da gibt es einen unterschied deswegen ich weiß leider nicht welcher ich habe nicht uhr einwohner studiert ich weiß nicht genau einwohner hast du nicht studiert ich habe echt mein 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 essens mein essensbalken ist fast auf null so kommen machen wir uns mal was zu essen hier kann man ruhig kann man zeigen sie nicht also meine meiner liegt drinne meine ich auch cool aber ich sehe ich sehe mal nicht im feuer ach doch da denkt ja ich sehe auch bloß meinen das ist sehr gut das haben sie gut gemacht dass man das extra ich heiße in jörner vor allem warum mache ich mir ein lurch ich habe doch vollen vollen magen wenn du essen gehst dann kannst du auch wieder besorger voll damit ja aber mein magen ist voll ich weiß gar nicht ob ich den überhaupt das nicht doch kann ich sehr geil folgen auf da aber ich auch vor allem drop jetzt geht es wieder ich fremd jobseite war gerade im endrowing flamen flamen drop jawohl flamen doch das kenne ich so bist du voll voll auf ausdauer dann können wir nun voll auf ausdauer wir könnten mal los hätten ich hänge gerade noch ein bisschen an dem an dem haus rum ja das habe ich gesehen aber warum was ich dir an ja ja gut stimmt dass das habe ich gar nicht mehr gesehen aber jetzt jetzt ist irgendwie schön hier finde ich schön ist schön absolut und und ich werde mal ganz kurz was planen ach du warst das und zwar block cabin ach so ja doch ist das richtig dass das will ich doch bauen ja ich baue ich baue ich baue ich baue ein haus mal hierhin ein haus ja ja klar so guck mal da ist voll schön das ist ziemlich schön aus 89 loks neun alles ist noch ballons luchs ballons die das ist das wirklich schön also wenn wenn das fertig ist ich glaube dass das kassebo ja dann bau das schon mal hin gut die idee gut die idee also 0 warte mal können wir das haus auch in die luft bauen ich probiere das mal aus ja kann man aber ich baue es mal nicht nicht ganz so wie geil ist das denn das wusste ich aber gar nicht aber soll mir das placebo nicht unten hin bauen lieber ja dann könnten wir vielleicht auch ein fluss bauen ich probiere das aus wir können man könnte auch übel geil einfach mal ein aussichtspunkt damit bauen ja das wäre voll pornös mal gucken kann man das hier rein bauen ich probiere mal aus aber guck mal wie viel loks hat es deswegen brauchen jetzt guck mal das kann das kannst du wirklich in den fluss bauen wir brauchen 129 loks wegen dem hochbauen und ich habe hier etwas hingesetzt was ich gar nicht wollte 129 loks alter schwede wo sind das wo sind das wo hast du das jetzt hingebaut die was denn das ist nicht mehr gebaut wir brauchen nur für das 209 loks jetzt weißt du hoch steht gar kein problem das machen wir doch easy going aber das war mal die rügel aus machen wir nicht noch einmal das ding in den nächsten ist wirklich das sieht wirklich ist wirklich folge aus ja jetzt selber vorher sind ein paar sondern dinger so nach oben gestellt und dann so die zukunft von uns der übelge ich war gerade voll überrascht dass man das umbauen kann ich auch also ich das wusste ich auch nicht sie haben mich gerade ein bisschen geil gemacht ein kurzer geile schmier fängt du hast dich gehauen nein das war ich nicht nein das war deine geile die ist einfach zu heiß ach so und die hat mich selber schaden gemacht die hat mich selber schaden gemacht ja die kaninchen fallen funktionierende hallo ich funktionieren noch nicht hier noch ich erinnere dich an liebe loch so den muss ich mir kurz holen ich bin unsere wie ein adler guckte über die lande ein adler deines seines reichen der froh voll of stickys wo sind die monstern hin keine ahnung ist weg monstern wir wollen man grüße sie panzer hallo manchmal hier busch hier ich brauche mal lief's mario monster die volen die volen bis die monster kommen holen wir ein paar lief's ist eigentlich gespong gewesen wo ich jetzt bin ja wo du gerade spinnst da sind sie gespong ja das ist auch ganz viel doch ist es kann du bist ein tausend auch hier lochis stimmt gleich gesehen zumindest einer war hier nein ich kann ihn doch nicht mit dem kacke egal nämlich mit und hier 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 rente einer da ist er hier 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 direkt vor mir tot hast du mir die geclaut ja und wer das ist ja richtig und fern so jetzt kann ich mich wenigstens wieder ein bisschen ausrüsten jetzt ja ich noch nicht ich habe fast hälfte ich heiße es noch keine monstern na gut dann würde ich sagen machen wir erst mal eine pause oder naja das ist es ist frustrierend ja monstern sind wollen uns noch nicht und wir brauchen ja viel energie für das nächste haus noch gibt mir deine rüstung nach scheiße ja so wirst du ich hoffe dass sie dann fürs nächste mal wenigstens mal wieder speichert das ja sehr sehr gut war mal kurz nicht hätten monster nein wir kennen uns da ich sehe nur noch okay lochis lochis liebe das ist das was wie es ist auch geht es soweit war wie das geht in richtung das ist das ding ist zu und zu merken nein das ist vollkopf nun die dinger nicht und wir müssen sich und das sei das andere ist auch zu irgendwie müssen sie die noch mal fixen und das stimmt hier nicht und wir machen was falsch können auch sein wie ich dass man wieder auf und eh eigentlich ich konnte das nicht da steht da wieder sehr komisch da steht das ist komisch können doch nicht so schnell sein und haben getötet der hause gemacht wie so eine fledermaus in minecraft hat er bei mir gemacht voll komisch ja einer wie man das von hier sieht das haus wenn es fertig ist alter ja und wie geil dann können wir auch von von darüber gucken wenn wenn monströse monstern ankommen das stimmt es ist übel cool kann man sich das lager bauen oh ja wir machen uns hier unsere burg hier wirklich die mont ne wie war das alcatraz heißt das alcatraz das war beim gefängnis ja ja mount alcatraz alles klar so ich würde sagen wir speichern mal wir speichern mal speichern bin erst am speichern und dann würden wir sagen ja also vielen dank fürs zuschauen ja wir hoffen hat gefallen und wenn wir sehen uns nächstes mal halt im maul ist es wir sehen uns nächstes nächstes wilhelmstag oder bis zum nächsten nebstag der nächste wilhelmstag exit zu windows ich habe nichts